Boah, Alter. War auch wieder eine richtig geile Show, oder? Also leicht untertrieben. Leicht untertrieben. Also ich finde auf jeden Fall immer wieder das Entertainment bei Webber Mittwoch absolut geil. Und deswegen laden wir euch auch zur nächsten Show ein. Die findet statt am 5. März 2014. Und in der Battlemania Champions League werden sich zwei MCs gegenüberstehen. Und zwar RV gegen Mighty P. Die haben auch eine Provokation gedreht. Die könnt ihr hier oben sehen. Da haben sie sich einige Lines an den Kopf geschmissen. Es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Provokation geworden. Und ich bin gespannt, was diese beiden MCs gegeneinander ausrichten werden. Und als Producer Feature haben wir Fiko Bratzlewitsch. Fiko Bratzlewitsch, ey. Den sollte auf jeden Fall jeder in Deutschland kennen. Ist ein unglaublicher Produzent. Hat schon für so viele Leute produziert. Unter anderem Celo und Abdi. Er war auch schon ein paar Mal bei Rapper Mittwoch gewesen. Und wir werden versuchen auch mit ihm ein Producer Feature zu drehen. Und wir halten euch auf den Laufenden. Und in der After Show Party, wen haben wir denn da? DJ Daniel. DJ Daniel. Er war auf jeden Fall einige Male schon hier bei Rapper Mittwoch. Hat aufgelegt. Die Leute sind auf jeden Fall ausgerastet. Und die Party ging bis 6 Uhr morgens. Also scheißt einfach auf euren Arbeitgeber. Scheißt auf die Schule. Scheißt auf die Uni. Scheißt auf alles. Kommt zu Rapper Mittwoch am 5. März 2014. Peace. Das war eine�� reacting. Ja, auchρη Sto herum. Ich bin ein trage auf den Vorstellen. Sakur Berlin. Kei Kommt zu Rapper auf 18. Jahơn im dr complementary. Vielen Dank.